So, liebe Leute, liebe Bewegungshungrigen, Kalorien-Verbrennungsgeilen, die uns momentan mit aus dem Haus kennen gehen, habe ich einen kleinen Tipp, der ist nicht ganz neu, aber er ist effektiv. Der ist für alle, du hast keinen Lachband in den Keller oder keine Radrollen und das funktioniert so. Steht ein paar Spiele dazu, ein bisschen Spielmittel auf dem Boden, ein bisschen Wasser nach, so, der zängt da gut hin und dann funktioniert das. Wenn das Fenster aufsteht, hört sogar die Finger im Zwitschern und wenn es ein bisschen schneller gehen soll, dann fahren sie einfach in der Luft. Noch schneller. Und für die ganz Kreativen, die was nebenher noch ein bisschen üben wollen, man sieht, es ist ein Aufschuh, das haben wir nicht kennen, es ist ein Wohnebenhöfen, Zierkudel spielen. So, trainieren und Kunst gleichzeitig. So, und jetzt los, wie eigentlich? Und ich muss weitermachen.